So liebe Rad- und Wanderfreunde, da seht ihr was passiert, wenn der Akku nicht rechtzeitig vorbereitet ist. Andere hätten jetzt schon ein Früh-Shoppen gemacht. Moin! Keine Ahnung, weiß ich dann, wenn ich hingefallen bin. Immer auf die linke Seite fallen. Wieso? Wegen der Kette und der Schaltung. Moin der Nino. Mal gucken. Kleiner Test. In solchen Stellen ist es halt ein bisschen schwierig hier. Weil man muss schon vorsichtig fahren. Keine Frage. Ich sag mal so, wenn da jetzt kein Eis drunter ist, geht's. Okay. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, im Moment traue ich mich noch nicht so ganz so schnell zu fahren. Ich weiß nicht, wie gut die Reifen halten auf dem Schnee hier, aber bis jetzt macht es Spaß. Und die Handschuhe sind schön warm und die Socken auch. Und das Wetter ist einfach traumhaft. Herrlich! Untertitelung des ZDF, 2020 Und so sieht man dann aus, wenn die Autos zu dicht an einem vorbeifahren. Aber dafür gibt es ja Klamotten. So, weiter geht's. Oh, ist das nicht traumhaft schön. So, weiter geht's. So, weiter geht's. Winter Wonderland in Bollywood. Okay, kann es nach Koko tun? Okay. So, if you look at life, like from a side, when Chen says they all keep sliding away. There's just one thing to remember, though it's hard, no matter where you go, baby, there you go. Why just crawl when you could be flying? Life is just a flash for hell of a diamond. Herrlich! The shortest space between hell and goodbye. There ain't no use. We're sitting around crying. When we are old, you've been trying to find. No need looking, babe, here I am. No need looking, babe. No more looking. Here I am. There ain't no use. There ain't no use. There ain't no use. There ain't no use. What's the thing that we're doing? No need looking. urban bridge Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ich finde, in einer weiten Jacke fällt der Bauch gar nicht so auf. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018